Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies. In diesem Video möchte ich gerne einmal auf Jinko Solar und auf Jinji Solar eingehen. Ihr habt gestern vielleicht schon den ersten Teil gesehen. Leo hat das Ganze fundamental einmal analysiert, mal geguckt, was sind so die fundamentalen Daten der beiden Unternehmen, was ist vielleicht besser, was ist schlechter. Das verlinken wir euch auch in der Videobeschreibung. Ich möchte heute nur einmal auf den Chart eingehen, einmal gucken, wo könnte man eventuell einsteigen für einen Trade, aber auch für langfristige Investitionen. Wo könnte man dann eventuell aussteigen, wo sind Widerstände, wo sind die Trends und so weiter. Ich möchte aber jetzt einmal ganz, ganz kurz das Unternehmen im Prinzip zusammenfassen. Jinko Solar, das größte Solarunternehmen, was es aktuell gibt, hat allerdings eine sehr, sehr kleine Gewinnspanne, was wir hier sehen können. Wenn wir uns dagegen jetzt mal Jinji Solar angucken, können wir hier sehen, eine sehr, sehr hohe Gewinnspanne, aber noch ein relativ kleines Unternehmen. Und im Prinzip ist das dementsprechend so ein bisschen dieser Koloss gegen den Newcomer, den wir da vergleichen. Fangen wir jetzt aber einfach mal an mit dem Chart von Jinko Solar. Wenn wir uns den jetzt hier angucken, können wir sehen, Oktober ungefähr 2020, seitdem sind wir im Abwärtstrend, in einem noch stärkeren ab dem Ende Dezember und ein richtig starker Abwärtstrend seit Ende Januar. Prinzipiell ist es hier für mich so, dass ich hier nicht unbedingt rein investieren würde, bevor wir nicht diesen Abwärtstrend gebrochen haben. Das gilt so ein bisschen sowohl für die langfristigen Investitionen, auch als für die kurzfristigen Investitionen. Klar, man kann jetzt immer auch bei langfristigen Investitionen sagen, ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt einfach in einem Abwärtstrend einkaufe, dann gehen sie halt erstmal vielleicht noch 5, 10% weiter runter. Aber ist ja egal und ich kann ja auch nachkaufen. Das stimmt natürlich. Für mich persönlich ist es trotzdem so, dass ich nicht in einem Abwärtstrend einkaufe. Warum sollte ich jetzt einkaufen, wenn das Unternehmen dann im Prinzip erstmal nochmal 10% weiterfällt? Das macht für mich jetzt nicht ganz so viel Sinn. Deswegen würde ich zumindest mal warten, bis wir diesen Abwärtstrend hier gebrochen haben. Ich zeichne den mal ein bisschen aus oder ich ziehe den hier mal ein bisschen aus. Dann können wir jetzt hier sehen, das wäre zum Beispiel schon so gegen Ende Mai auf der gleichen Linie des Charts. Also wenn wir jetzt weiterhin so knapp bei 37 Dollar bleiben sollten, dann wäre das dementsprechend schon Ende Mai so. Den hier würde ich auf jeden Fall abwarten, bis wir diesen Abwärtstrend gebrochen haben. Oder im Gegenzug geht das natürlich auch, dass der Kurs steigt. Also wenn ich nur warten, dann wäre das zum Beispiel hier bei diesem Abwärtstrend dann dementsprechend so knapp 41, 42 US-Dollar Richtung Anfang Mai. Also diesen sollten wir jetzt als erstes auf jeden Fall mal brechen. Haben wir den gebrochen, dann wäre hier noch ein Widerstand bei 44, 76. Und wenn wir das jetzt mal rein basiert machen aufs Trading, dann wäre das hier für mich langsam ein Kaufsignal. Beziehungsweise dann wäre mein echtes Kaufsignal hier ungefähr auf dieser Linie bei knapp 50 US-Dollar. Sollten wir jetzt also so in Richtung 50 US-Dollar kommen, kommt darauf an, wie lange es dauert. Aber wir gehen jetzt mal zum Beispiel 25. Mai aus, dann haben wir sowohl den Abwärtstrend hier gebrochen, als auch diesen Widerstand. Und das wäre für mich für das Trading ein guter Einstiegspunkt. Dann würde ich halt sagen, okay, ich kaufe jetzt zum Beispiel ein, spekuliere darauf, dass wir Richtung 73 US-Dollar gehen. Und würde dann in diesem Abwärtstrend hier, also wenn wir wieder zurück in diesen Abwärtstrend hier fallen, dann dort dementsprechend meinen Stop-Loss wieder unter dieser Linie machen. Das also einmal zu Ginko-Solar generell. Wie gesagt, man kann auch einkaufen im Abwärtstrend, nur es macht für mich persönlich gerade nicht so Sinn. Generell muss man sagen, wir sind natürlich auch extrem weit weg vom Allzeithoch. Können wir sehen, fast 60 Prozent, ganz genau 59,57 Prozent. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Aber man muss natürlich auch sagen, die Quartalzahlen hier, die wir hatten, haben auch ein bisschen enttäuscht. Kommen wir jetzt mal zu Chinji-Solar. Bei Chinji-Solar sieht das Ganze so ähnlich aus wie bei Ginko-Solar. Auf langfristige Sicht haben wir hier einen Aufwärtstrend, also wir haben primär einen Aufwärtstrend, sekundär, aber auch einen Abwärtstrend. Und hier können wir sehen, der hat hier Anfang Januar angefangen. Im Prinzip, da hatten wir das All-Time-High. Und der Abwärtstrend basiert dann dementsprechend auf dem Januar-Hoch und dem Februar-Hoch. Und hier können wir jetzt sehen, wir sind jetzt aktuell in einer Seitwärtsbewegung. Und meiner Meinung nach vielleicht gar nicht an so einem schlechten Zeitpunkt mal einzusteigen. Wir können das jetzt hier im Prinzip sehen. Wir sind jetzt hier relativ weit unten über dieser Unterstützung bei 12 Hongkong-Dollar-58. Und hier sind wir nie Tagesschlusskurs unter dieser Linie gewesen. Das heißt, wir waren während des Tages immer mal drunter, aber nie Tagesschlusskurs. Und deswegen wäre das relativ interessant für mich, jetzt gerade relativ weit unten an dieser Unterstützungslinie jetzt eventuell mal einzukaufen. Mit der Spekulation natürlich hier wieder in Richtung 14 Hongkong-Dollar-78 zu gehen. Also zu diesem Ende der Seitwärtsbewegung. Ich zeichne das Ganze jetzt auch mal ein, damit ihr das nachvollziehen könnt, was ich meine. Hier so ein bisschen so diese Seitwärtsbewegung. Und das wäre dann für mich eventuell mal ein Trade wert. Langfristig wäre das vielleicht jetzt auch gar nicht so ein schlechter Moment. Weil wir können jetzt hier sehen, wir sind jetzt hier relativ weit unten an dieser Unterstützung dran. Die hat auch mehrere Mal unterstützt. Dementsprechend wäre es jetzt nicht verwunderlich, sage ich mal, wenn die jetzt weiterhin unterstützen. Jetzt ein wirkliches Kaufsignal rein für ein Trade jetzt eventuell. Was man jetzt außerhalb von dieser Seitwärtsbewegung haben würde oder ich mir zumindest suchen würde, wäre so Richtung 15,80 ungefähr. Oder wenn wir diesen Abwärtstrend gebrochen haben. Also Optimalfall wieder bei beiden. Also zum Beispiel Anfang Juni hier bei 15 Hongkong-Dollar-80, wenn wir sowohl über den Widerstand kommen, als auch über diesen Abwärtstrend. Weil dann könnte ich mir vorstellen, dass wir dann auf mittelfristige Zeit gesehen zumindest die Richtung 20 Hongkong-Dollar-80 ungefähr gehen. Das also einmal rein charttechnisch zu den beiden Unternehmen. Wie gesagt, also um das nochmal kurz zusammenzufassen. Hier könnte man sich jetzt schon überlegen einzusteigen. Auch mal vielleicht für einen langfristigen Buy. Eventuell natürlich, wenn es dann weiter entfällt, dann kauft man halt nach. Bei Jinko Solar wäre das Ganze so, dass ich hier nochmal einen Ticken warten würde. Wie sich das Ganze dann entscheidet. Wie sich der Kurs dann quasi entscheidet. Ob wir dann hier diesen Abwärtstrend brechen oder nicht. Wenn wir den Abwärtstrend gebrochen haben, wäre das für mich zumindest auch für den langfristigen Kauf mal ein Kaufsignal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren und liken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.